Da dachte ich an Strack Zimmermann, ganz Deutschland wäre wohl beglückt, wenn man sie schnell nach Kiew schickt. Als Wunderwaffe ganz geheim schleicht sie sich bei Selensky ein, dann sieht er sie, o grauenvoll, und hat von uns die Schnauze voll. Agnes sitzt nun in Melnicks Keller und in Deutschland wird es heller. Doch freuen wir uns nicht so schnell, es naht der Baerbock aus der Hölle. Es keucht, es keucht der Baerbock durch den Dreck, er hat den Gepard im Gepäck. Sein Rohr, es spritzt schon in die Luft und Oma Lamprecht ist verpufft.